Kann man trotz Insolvenz Millionen verdienen? Eine berechtigte Frage an der Stelle. Ich möchte dir heute Mut machen, da dieses Thema in Deutschland ein Tabuthema ist und fast keine Videos überhaupt auf YouTube zum Thema existieren, habe ich mir vorgenommen, dir dieses Video aufzunehmen, um dir auch aus meiner Erfahrung zu berichten und ob es überhaupt möglich ist, dass du wieder aufstehst. Denn bei einer Selbstständigkeit oder freiberuflichen Tätigkeit gibt es Risikos oder Risiken, sage ich mal. Und was ist ein Risiko? Dein Risiko nach oben ist unbegrenzt. Das heißt, du kannst unendlich viel Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite kann es passieren, dass du eine Insolvenz anmelden kannst. Vielleicht erzähle ich dir meine Story, solltest du meine Story nicht kennen. Mein Name ist Woodrow Said. Mit 18 kam ich aus Palästina nach Deutschland, musste ich die Sprache hier lernen, habe dann angefangen, Sachen online zu verkaufen und dann durfte ich ja eigentlich als Palästinenser keine Gewerbe anmelden. Dann musste ich mit einem Geschäftspartner das Ganze hochziehen. Wir haben ein Geschäft hochgezogen und im Jahr 2016 zu den Top-Verkäufern Deutschlands auf Amazon zu gehören mit 20 Millionen Jahresumsatz. Und wir wollten mehr. Wir wollten mehr. Das heißt, wir haben uns auf einen Deal mit einer Bank eingelassen, wo es uns versprochen wurde, eine Million Working Capital zu bekommen. Das heißt, Geld, was man nutzen könnte, um die Firma, um, sage ich mal, einfach diesen Wachstum anzukuppern, dass man einfach nicht mehr organisch weiter wächst, sondern man sagt, okay, ich möchte das halt künstlich angehen. Was ist dann am Ende passiert? Gekürzt, statt der versprochenen Million von der Bank haben wir drei satte Millionen bekommen, 2,6 für ein Gebäude, was wir als Sicherheit hinterlegt haben, wo wir Bürgschaften privat abgeben mussten und 400.000 Euro quasi für die Firma, mit denen wir Geld oder Ware, sage ich mal, Ware kaufen können. Das heißt, Geld oder Working Capital, mit dem wir Ware kaufen können. Wir hatten aber einen Berater engagiert, der uns bei diesem Deal unterstützen sollte. Das heißt, am Ende vom Lied hat dieser Berater 200.000 Euro auch an Honorar über dieses Jahr gekostet. Wir waren aber sehr naiv und hatten ganz viele Mitarbeiter eingestellt, 14 neue Mitarbeiter. Und man hat denen Gehälter bezahlt und am Ende vom Lied hatten wir statt der versprochenen 1.000.000 3.000.000, 2,6 für das Gebäude, wie gesagt, 400 für die Ware. Aber realistisch waren nur noch 200.000 da. Das heißt, neue Mitarbeiter eingestellt, Gehälter bezahlt und wir hatten am Ende keine Gelder, um die Ware zu finanzieren, die Topseller zu finanzieren, mit denen wir überhaupt diesen Laden finanziert haben. Dann musste tatsächlich die Insolvenz angemeldet werden, denn in Deutschland gibt es Fristen. Aber ist das das Ende? Was passiert denn am Ende da? Ich bekomme oft die Frage gestellt, wie ging es weiter bei euch? Im Endeffekt musste man eine Insolvenz anmelden, weil du bist ja gesetzlich dazu verpflichtet. Und aktuell befinden sich auch, glaube ich, sehr, sehr viele Firmen, gerade in dieser Phase, wo die sich den Kopf zerbrechen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Vor allem in Deutschland, ein Land, wo man nicht scheitern darf. Das heißt, in Amerika ist das auf der anderen Seite. Da suchen ja Headhunter oder Personalfirmen explizit nach Leuten, die gescheitert sind, weil man einfach weiß, aus diesen Fehlern kann man lernen und daraus was machen. Und das war ein Thema, wo ich mir wirklich den Kopf zerbrochen habe. Das heißt, man hat ja die Insolvenz angemeldet und ja, man hat ja die Möglichkeit, nach der Insolvenz natürlich mit dem Insolvenzverwalter zu verhandeln. Das heißt, es ist legal, dass deine freiberufliche Tätigkeit oder Selbstständigkeit freigegeben wird. Dazu empfehle ich, dass du dir einen Insolvenzberater holst, der dir einfach das Ganze halt beantwortet und du nicht auf illegalen Möglichkeiten zurückgreifst. Das heißt, du kannst in Deutschland legal wieder Millionen nach der Insolvenz verdienen. Dazu gibt es ein Paragraf 35 Insolvenzgesetz, was einfach sagt, dass der Insolvenzverwalter die selbstständige Tätigkeit aus der Insolvenzmaße freigeben kann und dass diese Vermögen, was du einfach später machst, einfach gar nicht in die Insolvenzmaße gehört. Warum ist das so? Weil ganz ehrlich, wenn du einfach Insolvenz angemeldet hast, dann kannst du dich zurücklehnen und sagen, okay, drei, vier Jahre oder fünf Jahre mache ich jetzt nichts. Aber auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, ich verdiene halt mehr, aber da muss ja ein Anreiz sein, dass du das machst und daher wird einfach dieses Gesetz geben und das ist eine gute Sache. Und wie war das denn bei mir? Ich habe mich einfach nicht versteckt. Ich habe immer über meine Fehler erzählt. Das heißt, meine ganze Doku, wie das Ganze mit der Firma gelaufen ist, findest du übrigens auf meinem Kanal. Ich habe mich nie versteckt. Ich habe auf Konferenzen über das Thema gesprochen und ich war schockiert, wie viele Händler einfach berührt waren. Das heißt, ich konnte mich vor Anfragen nicht mehr retten, von Leuten, die gesagt haben, Mensch, in so einer Phase befinde ich mich. Kannst du mir Tipps geben, wie du das denn mal skaliert hast und was man auch aus deinen Fehlern lernen kann. Und ich muss sagen, in Deutschland wird uns in der Schule oder wird den Kindern in der Schule beigebracht, du darfst keine Fehler machen. Und das ist falsch, denn aus den Fehlern lernt man am meisten. Und ich kann mich an ein Gespräch mit einem Händler daran erinnern, das war im Jahr 2015 in München, wo wir einfach immer nach oben geschaut haben. Dann hat er mir gesagt, ja, Butrus, ja, sei nicht so überheblich, nicht immer nach oben denken. Denk dran, dass es auch schnell passieren kann, dass man auch fallen kann. Und ja, an diese Worte habe ich mich heute daran erinnert. Tatsächlich kann es einfach schnell passieren. Aber wie gesagt, das Risiko nach oben ist unbegrenzt. Das heißt, es kann passieren. In Deutschland ist das geregelt. Du darfst nicht schummeln, du darfst nicht irgendwelche Insolvenzmaße, ja, irgendwie versuchen, einfach zu verstecken. Natürlich musst du einfach alles sauber halten, was ich dir empfehle, wenn du in dem Bereich bist, wo du jetzt sagst, okay, jetzt muss ich doch eine Insolvenz anmelden, dass du wirklich eine gute Beratung holst. Das ist in jedem Bereich so. Das heißt, die meisten Unternehmer sparen an der falschen Stelle. Da solltest du wirklich in eine gute Beratung einfach investieren, um das Beste für dich rauszuholen. Denn das ist eine Entscheidung, die dein Leben, sage ich mal, verändern kann. Das ist aktuell halt so Situationen. Dann fragen mich auch Leute, wie ist das dann mit deinem alten Geschäftspartner? Ja, dem geht es gut, der August. Ihr seht mich ja ab und zu auf Instagram mit ihm. Da sind wir wieder Freunde, aber wir machen nichts mehr gemeinsam. Das heißt, für mich war auch wichtig, wenn ich jetzt ein gemeinsames Geschäft angehen möchte, dass ich einfach nicht mehr Freunde in meine Partnerschaft oder geschäftliche Partnerschaft reinnehme. Denn Freundschaft und Geschäft, das kann bei einem gut laufenden Geschäft sehr, sehr gut funktionieren. Aber wenn das Geschäft nicht mehr so gut läuft, dann kann es auch böse enden. Ich muss sagen, ich bin stolz auf uns beiden, dass die Beziehung weiterhin sogar existiert, dass wir noch trotz Scheitern noch Freunde sind. Denn ich sehe aktuell bei vielen Geschäftspartnern andere Ergebnisse, wo Anwälte dann am Ende stehen und gegenseitig kämpfen. Das muss alles nicht sein. Regel das freundlich, Leute, und denk einfach dran, in guten, so in schlechten Zeiten. Ich hoffe, dass dieses Video dir Mut gemacht hat. Und wenn du sagst, okay, ich möchte aus deinen Fehlern lernen, ich möchte einfach wissen, wie du das damals aufgebaut hast mit Amazon, wie du das heute mit deinen Mitgliedern aufbaust, wie du wirklich auf Amazon Millionen generierst und deine finanzielle Freiheit damit erreichen kannst, dann hast du die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu buchen. Dazu musst du auf die nächste Seite gehen. Das sind einige Fragen, die du beantworten musst, damit wir auch dir mal eine Stunde Beratungsgespräch schenken. Das ist 100% kostenlos. Da können wir gemeinsam schauen, ob das für dich was wäre. Zumindest hast du dann erfahren, ob du überhaupt diesen Weg gehen möchtest. Ansonsten hast du die Möglichkeit, auf meinem Kanal weitere Videos zum Thema anzuschauen. Ich hoffe, dass dir dieses Video weiterhelfen konnte. Bis dahin, daibutru-sait.